Durch Fenster, Wirkungsbereich, K.O. Schmetterangriff. Müssen wir mal gucken. Du bist erledigt. Wenn ich das jetzt noch nicht schaffen kann, weil mir irgendwas fehlt. Okay, ein K.O. Schmetterangriff, führe ein Ausschalten durch ein Glasfenster, springe ein Stabile Mauer, sodass sie einen Schurken ausschaltet. Okay. Wenn schwer ist dann das Problem? Arkham City gehört uns. Jeder, der anderer Meinung ist, soll zu mir kommen. In Schwer hat man dann das Problem. So. Ach komm. Du hältst dich für clever, nicht wahr, Riddler? Nein, 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 das hat nichts gekla... Nein, das hat nichts gemacht, verdammt! Komm hier rüber! Wer ist denn hier? Äh, wo bist du? Ah, hier. Okay. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Er ist weg! Hab ihn verloren! Wir müssen ihn finden! Sofort! Hab ich schon einen Schallbatch-Ring? Natürlich nicht. Ach. Was jetzt? Komm her! Mann, du bist das! Ich hätte dich umlegen können! Hör auf, damit auf mich zu zielen! Natürlich wäre jetzt so ein Schallbatch-Ring ganz witzig, weil... Damit könnte ich die Leute ein bisschen steuern. Wer wird gewinnen? Nun, ich natürlich. Daher lautet die Frage wohl... Oh, wer verliert zuerst? Du oder die Ratten, die durch dieses Labyrinth rennen, als würde ihr Leben davon abhängen? Was glaubst du, wo er hin ist? Oh, siehst du ihn? Kommt jetzt mal einer bitte an die Scheibe ran? Lasst euch keine Angst eingehen! Ja! Er setzt nur eine Reihe von Theater-Effekten und billigen Effekten ein, um in euren kleinen Mäusehirnen Furcht zu erzeugen! So, Arm drauf! So! So, dann haben wir das! Ah, das ist blöd, wenn man die Leute so jetzt noch nicht steuern kann! Spürst du schon den Druck? Oh, sei... Du wirst mir nicht entwischen! Kannst du sie sehen? Bei der dawns early light? Ja, 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 komm, 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 komm! Jawoll! Hier ist jemand, unter den Trümmern! Ich bin sicher, sei zu sterben! Ich hab ihn! Er ist hier! Wow! Er ist da oben! Was? Oh, du denkst, du kannst dich da oben verstecken? Falsch gedacht! So, jetzt noch ein Schmetterangriff! Nein! Wo ziehst du hin, Batman? So, und... Tschüss! So, damit hätten wir dann die zweite Karte auch auf perfekt erledigt! Sehr schön! Gut! Dann machen wir jetzt noch eine Prügelkarte! Eine Prügelkarte, bitte! Boah, das ist schwierig, das weiß ich noch! Das ist nämlich so ein Sidescrolling-Ding! So 2D-mäßig! Der stärkste überlebt! Mit Batman, Catwoman, Nightwing und Robin! Das dauert noch eine Weile hier! So, weiter geht's! Suchst du Streit? Ne! So! Wenn ich fertig bin, dann kenne ich nicht mal Mutti wieder! Pams! Mit der Rückhand! So! Schon mal erste Runde geschafft! Ist heute nicht Abendschule? Ne, heute nicht! So, Leute! Zeit für die Rette, Batman! So, machen wir mal schon mal einen kalt! So, wieder einen kalt machen, bitte! Danke! 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 Boah! So, wieder einer weg! So! Du wirst hier sterben, bist geboren! Jawoll! Pams! Ui! Ich bin sehr weit geflogen! Aber schöner Move, so aus dem geduckten Sprung heraus! Pams! Muss ich dir erst wehtun! So, wie viele Punkte haben wir jetzt schon? 13.000! Runde 2! Okay! Puh! Arkham City wird in Flammen aufgehen! Ach, verdammt! Ich hab den Bonus versaut! So, einer weg! Oh, gerade nochmal die zweite Mal rechte Maustaste rechtzeitig gedrückt! Okay, für die zweite Medaille hat es schon mal gereicht! So, den nächsten bitte einmal ausschalten! Nein! Verdammt! Was hab ich getan? Nein! Verdammt! So, den schalten wir mal so aus! Pams! Okay! Jetzt hab ich noch zwei Runden, glaub ich! Ihr seid sowas von erledigt! Du solltest vielleicht weglaufen, Mensch! Boah, zwei Treffer gleichzeitig, ey! So, einer schon mal weg! So, noch einer bitte weg! Damit es ein ganz bisschen übersichtlicher hier wird! Ist der ja gerade weggesprungen? So, dritte Medaille haben wir! Jetzt muss ich's nur noch überstehen! Puh! Das ist so laut alles hier wieder! Okay, das hat gezählt! Das hat den Anschluss! Nein! Ach, verdammt! Ne 65er aber immerhin! Puh! Sehr schön Selbst die Runde habe ich am meisten Punkte geholt Ah, weiter Ah, die drei Stunden kriegen wir aber noch voll hier mit dem Aufnehmen So, jetzt muss ich mir jetzt wieder rausgehen Ah, die Prügelkarte mache ich jetzt erstmal nur mit den allen So, als nächstes ist es nämlich Catwoman Oh, Gott Oh Gott, ich brauche eine Flasche, ich brauche einen Schluck Wasser So, wollen wir mal weitermachen hier Du würdest doch kein Mädchen schlagen, oder? Natürlich nicht, Quatsch An mir kommt keine Katze vorbei Ah, mit Batman hatte ich aber gerade mehr, glaube ich Ich hoffe, das Bild ist nicht schwarz im Video Ich weiß nicht, ob ich mich in Gesellschaft von so hässlichen Typen wohlfühle Boah, die bewegt sich so extrem schnell Das ist halt, weil sie kein Muskelpaket ist wie Batman Am Ende von Runde 2 Ich habe mich verlaufen Will keiner einer Dame helfen? Näh So Ja, danke Der mit dem Messer hätte erledigen, danke So, bitte die nächsten ausschalten Danke Ja Ne Pian Boah, das war knapp Pumps Oh, mit dem Kopf Oh In Runde 3 schon alle Punkte fertig Nicht schlecht Na, gibt's bei euch eine Stelle, an der ich kratzen soll? Also ich muss sagen, hier bin ich Bei diesem Kampfkarten bin ich ein bisschen konzentriert Deshalb merkt ihr das ja auch, dass ich da Nicht so viel rede Ich werde mal den Arkham City beerdigen Okay Schon mal einer weniger Ne Okay Okay, wieder einer mit einer Glasscherbe erledigt Nein, jetzt habe ich meinen Freefly erledigt Ja, egal Ich kann aber vielleicht noch das rauskriegen mit Wobei es eigentlich egal ist, weil ich schon Oh Hat der die mit dem Hammer geschlagen? Den perfekten Ah ne Hat er auch schon erledigt Vergesst, was ihr sagen wollt Ich wollte eigentlich sagen Vielleicht kriegen wir noch den Perfekten Dark Knight-Bodus Heute nach, wirst du sterben Oh 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 Ah!